Meine Damen und Herren, Strahlsund, ich will euch noch mal hören hier, großen Applaus hier im Finale der Wechterkategorie 10. Ja und mein Videoman, das ist jetzt in eigener Sache sozusagen, der sucht noch für seine Kamerafrau für die eine Kamera, also du hast sicherlich nur vergessen, noch mal kurz vorbeizukommen für die Kamera und ich sag's auch nochmal, ich hab immer noch eine Geldbörse, die den Eigentümer sucht. So, somewhere is missing your wallet, please look, hey me, you are missing your wallet, then you can come to me and I can give it to you once in a while. So, you see the coaches, the fencers are all ready, spend them once more, a great applaus, Strahlsund, gebt ihnen hier nochmal einen großen Applaus mit. Ein Italiener, der auf den Tod will und kein Russe, der zweifach nach Weltmeister ist. Und man sieht es schon, jetzt die Ruhe weg hat am Anfang, gleich lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, aber ich verspreche Ihnen, meine Damen und Herren, gleich geht's los und nun ist es soweit. Und natürlich hat der Referier jetzt das letzte Wort. Viel Spaß Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. 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 Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt noch mal einen Applaus, meine Damen und Herren. Es geht jetzt los. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.